Ey, was machen Sie denn hier? Eigentlich aus. Ich hab mich nur abgetrocknet. Um Gottes Willen. Wie ein richtiger Förster sehen Sie ja wohl auch nicht gerade aus. Wir verräucherte Discos. Vielleicht sollten wir zusammen tanzen gehen. Haben Sie da draußen einen Jungen gesehen, so mit roten Haaren? Wieso? Das ist doch egal. Der ging zum Bahnhof. Zum Bahnhof? Fährt da jetzt noch ein Zug? Einer noch. Aber bleib doch lieber hier. Wir können es uns auch hier bequem machen. Willst du dich nicht wieder ausziehen? Komm Junge, lass mich in Ruhe. Komm Junge, lass mich in Ruhe. Schau mal, das ist alles, was ich gefunden habe. Dann gib mir mal den Pulli. Du kannst die Hosen nehmen. Ja, okay. Drehst du dich mal rum? Hey, was machst du denn hier? Schlappen, was siehst du da? Ah, Germania. Unter Maria, die Hubert Kaiser. Markus Petz. Was ist, wasi Kindler. Was zum Weg, schlafen, dass du dich hast? W MALAN, Vielen Dank.